Wie sende ich eine Direktnachricht per Telegram vom Computer? Vielleicht haben einige Leute es auf dem Computer installiert, anstatt die Telegram-Anwendung auf ihrem Telefon zu verwenden. Und Sie verwenden es auf dem Computer. Und jetzt wollen Sie eine direkte Nachricht an eine oder mehrere Personen senden. Rufen Sie dazu die Telegram-Anwendung auf Ihrem Computer auf. Klicken Sie oben links auf diese Option. Rufen Sie den Kontaktbereich auf. Hier sehen Sie eine Liste Ihrer Telegram-Kontakte, die Sie bereits auf Ihrem Telefon oder Konto gespeichert haben. In diesem Abschnitt können Sie auch nach dem Namen der Person suchen. Zum Beispiel möchte ich dieser Person eine Nachricht senden. Also klicke ich darauf. Dieser Abschnitt wird für Sie geöffnet. Hier können Sie eine beliebige Nachricht schreiben. Klicken Sie dann auf die Sendeoption. Das blaue Häkchen bedeutet, dass die Nachricht an diese Person gesendet wurde. Wenn Sie Fragen haben, stellen Sie diese bitte in den Kommentaren. Wenn dieses Video nützlich war, liken und abonnieren Sie es bitte.